Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Feed the Beast Mit dabei wieder AK3FIRST der genau 5,6 Kilometer äh Meter von mir entfernt ist Ja genau so wie du von mir Bro, Back to Light, beziehungsweise Serks Redox, beziehungsweise Torben Hallo, okay, ähm Und wir haben unsere geilen farbigen Schwerter Oh yeah, Light Sword, gibt's ja eigentlich auch Light Sword, das krieg ich mal nach Schau mal wie komisch mein, mein Schwerthampeln voll komisch rum wenn ich jetzt auf dich rechtskrieg mache Ah schade es gibt kein Light Sword Haha, ist einfach lustig und wenn ich neben dich mache geht's nur vor Ooooooooood Okay also in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft diesen scheiß geil Messerator zu holen und zwar werde ich mir jetzt erstmal von hier oben ein paar Erze holen die ich hier so in der letzten Folge schön einsortiert habe Warte, und ich wollte, ich wollte was machen, tollerweise, mal zur Ausnahme, wollte ich mal für euch was bringen und was machen halt, und, ja, und nicht immer nur dumm rumsabbern, ähm, Zabba, 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 okay, Ferris kann man nicht meseratieren, das kann man aber meseratieren, okay, ähm, Sag mal, wie heißt es, Bat-Pack, wie heißt es nochmal? Bat-Box, die brauchen wir, um einer Gipskirchen, ah, B-A-D, ne, B-E-D, ne, hä? Bat, B-A-D, ne, B-A-T Ah, battery, Bat-Box, Bat-Pack heißt es, nicht Bat-Box, nicht Bat-Pack, Bat-Pack zieht man auf, auf dem Rücken, damit man Strom hat unterwegs, Bat-Box, meinst du die? Ja, genau, oder, ne, warte, Bat-Box, das ist so ein Holz-Ding, ja, sieht so aus wie Holz, hat die ID 608, Ja, super, Holz und Batterien, R-E-Batterien, und R-E-Batterien bestellt man her, Da ist Batterie, auf die Batterie kann ich auch nicht draufklicken, ich weiß, deswegen musst du R-E-Batterie eingeben, Ja, ne, ich hab da sogar eine angezeigt, weil ich nach Bat gesucht hab, Achso, ja, okay, da ist ja alles, Ja, ich bin hier grad so übel, ja, Fabrik einfach nur, Batterie, da, Gut, dann lass ich das mal hier ein bisschen worken, Dafür brauch dich Tin und Redstone, und Redstone, hast du das? Ja, 28, Gut, das brauch ich jetzt, Ähm, bumm, 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 Was mach ich denn jetzt diese Folge, ich hab mir gar nichts überlegt, verdammt, Achja, stimmt, ja, lass mich durch, Ähm, ich kümmere mich mal hier wieder ein bisschen um Sticky Resin, Und, ähm, du kümmerst dich um, diesmal um die Batbox, gell? Jeps Okay, gut Und zwar zum Zwischenspeichern von Energie, Und wir haben keine, nicht genügend Koppakabel, Und ich weiß nicht, wie Koppakabel gehen Äh, wir brauchen dafür Rubber Ja, Rubber haben wir im Regal stehen Rubber? Nein, wir haben nur noch eine Rubber Also, ich werd mal unten Rubber Im Regal! Ähm, wollen wir nicht Ich hab's denn zu Regal gestellt Okay, wollen wir nicht vielleicht noch einen Ofen machen? Also, nee, da haben wir noch, da haben wir noch Sticky Resin Iron Farnus Wir haben noch 17 Sticky Resin Nee, Elektrik Farnus Hey, wir haben 17 Sticky Resin, wie macht man daraus? Äh, in den Ofen rein, in Pappen Was? Farnus, in den Ofen reintun Okay, da hab ich auch schon Kopper So, zack Das kann man da reinpacken Dann ist das hier gleich fertig Ich sammle jetzt mal kurz hier die Sticky Resin So, zack Ich hab schon einige Ja Ein Kopper, zwei Kopper Ja, 13 Da oben ist noch eins Da oben ist doch auch eins hingefahren, ich hab's nicht gesehen Und ich mach mal ein Feuerzeug, damit wir hier endlich diese scheiß Bombkronen abfackeln können Ich hoffe nur, dass das da nicht irgendwie Kann man die Sticky Resin in, in, äh, in Maserator geben? Nee, dafür braucht man einen Extractor und damit kommt man aus einem Sticky Resin, äh, drei Rubber Okay Oh mein Gott, ich dachte ich nicht Also das ist das nächste, was wir brauchen Äh, ein Eine Bedbox, erst mal Ja, okay, und dann? Äh, Extractor ist, glaub ich, ziemlich schwer zu machen Aber mal gucken, was Ja, ich schau einfach mal kurz Was sich so ergibt Boah, unser Weizen ist ja dick Ex Extractor Wieso, wieso? Hallo? Verarschst du mich? Was denn? Ein Maschinenblock Vier solche Tree Tap Und ein Electronic Circus Oh, Circus Äh, ja, okay, dann Maschinenblock ist ganz einfach zu machen Dann, äh, Minutaurus Achse gibt's, okay Äh, ich muss da mein Coldass reintun Und dann noch die Electric Dinge, das ist ja auch einfach zu machen Ähm, ich tue mal das Sticky Resin oben rein Oder ich wäre stark dafür, dass wir noch, äh, noch einen Iron Furness machen Ja, das auch Äh, weil ein Furness ist ein bisschen wenig Ja, wir haben hier oben halt noch die Furness Wie macht man Copper Kabel nochmal? Copper Kabel, da braucht man Rubber Also in der Mitte, äh, oh shit, wir haben kein Braus mehr Äh, kein, kein, kein Copper noch 17 Copper Barren auch Ah nee, da oben haben wir noch was Da, 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 okay Und isoliertes und dann noch oben jeweils, kommt nicht und unten Genau, genau So, und ich geb's Copper Kabel sollten uns reichen Äh, mach mal, mach mir nochmal ein Electronic Circuit mit, bitte Scheiße, wir haben keinen Tin mehr Scheiße, stimmt Da war ja was Äh, okay, dann lagere ich jetzt hier meine Sachen rein Und du gehst mal 10 holen, oder? Oh ja Ah ja 1,2,3,4,5,6,s,7,7,8,8,6,8,8,8,9,8,1 und 3,4,9,8,0,8,9,8,8,8,-0,8,9,2,9,8 Und, ah Mist, wir brauchen Glowstone Staub. Glowstone Dust. Oh, ein Stick Cobblestone nehme ich mir mal mit. Wir brauchen Glowstone Dust. Das kommt in die Kiste. Ja, okay. Wir brauchen Glowstone Dust. Ja, ich habe es gehört. Um uns nämlich ein Jetpack dann zu machen. Ja, zack, zack, das brauche ich alles nicht. Außer mein Essen wollte ich mein Essen lassen. So. Und die Erde war auch nicht. Okay. Gut, dann bin ich gewappnet für die Hülle. Nein, ich brauche noch die Hülle. Ja, dann gehst du in die Hülle, ich penne mal ein bisschen. Ja, und Holz brauche ich. Holz, 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 da ist Holz. Hallo, Holz. Nein, Schwerdruck, kommen wir raus. Ich habe nämlich nur zwei Batterien. Moment, ich könnte die Batterien aufladen lassen. Die Frage ist, doch, man muss es ja mit aufgeladenen Batterien machen, oder? Nein, nein, muss man nicht. Äh, leere Batterien. Da steht aber aufgeladene Batterien. Nee, da steht Batterien. Nein, nein, ja. Mit Null. Einfach, ja, ja. Ist egal, was man nimmt. Äh, jetzt packe ich die Kohle hier noch rein. Äh, da einfach rein und gehe jetzt los. Ja, ja, klar, dass ich genau dann wieder losgehe, wenn es dunkel wird. Aber, okay. Ich denke, das werde ich packen. Bin ja jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Du kriegst mich nicht, du... Nein, du weißt nicht. Kommt. Dann, dein Skeletto. Okay. Irgendwo hier in der Nähe war. Ah, ich weiß immer noch nicht, wo die Höhle ist. Verdammt. Ähm, bam, bam, bam. Höhle, Höhle, Höhle. Aber ich habe nicht hier, glaube ich... Boah, es gibt viel zu viel Zeugs. 669 Seiten. Äh, ich habe... Warte, ich habe... 26 Seiten. Ja, aber du hast eine andere GUI Größe. Ja. Im Background würde wieder die fröhliche, lustige KSD-Beats mitbekommen, wenn es interessiert hat. Pumpe gibt es da. Dann gibt es einen Miner, dann gibt es eine Canning Machine. Dann gibt es einen Kompressor, dann gibt es einen Extractor, einen Meserator, einen Electric Furnace. Dann gibt es einen Recycler, einen Elektriz... Elektriz... ...mal... ...Magnizer... Äh, mit Recycler kann man Scrap herstellen, aber wofür man das braucht, weiß ich gerade nicht. Mit einem Recycler kann man Scrap herstellen, aber wofür man das braucht, weiß ich gerade nicht. Nee, Scrap... Scrap-Zeugs halt. Uh, geil, es gibt einen Terraformer. Oh mein Gott. Ich weiß... Du, Torben, ich weiß, was wir heute tun werden. ...Paraforming. New ore miner. Alter, da braucht man Glasfaserkabel für. Oh mein Gott, ich habe Uran gefunden. Atomreaktor bekommen oder Atombombe. Atombombe eher. Uraniumblock... ...Reaktor Chamber. Moment, irgendwas wollte ich jetzt schon noch schauen. Ähm... ...Ah, da, ähm... ...Tack. ...Tack. ...Nä. ...Dum, dum, dum. Oh. Tin! Ich habe Tin gefunden, oder? System. Tin! Yes! Ich habe Tin! ...Schlecht. Oh ja, Skype-Hör ich es auch gerade legen. Yeah. Fehlt mal ein bisschen. Ja. Geh, passt. Ich habe schon wieder Uran gefunden. In Kohle und Tin. Was natürlich sehr nice ist. Aber ich glaube, ich war die ganze Zeit auf einem zu tiefen Level, äh, um Tin zu finden. Also wirklich, so geht das nicht. Ja, sorry. Echt jetzt? Ich habe jetzt schon wieder etwas Neues gefunden. Was ist denn das hier? Das ist das Crud Oil, okay. Wieso gibt es zwei verschiedene Comba-Eak-Notes? Äh, es sind zwei verschiedene Mods. Also, aber die kann man trotzdem gleichzeitig mitmachen. Ja, ich weiß, aber geil. Und ich mache jetzt was ohne Torben ganz fieses. Müsstest du auf meinen Channel schauen, wenn du das sehen wolltest. Voll mies. Was? Was machst du? Was machst du? Was hast du gesagt? Ich? Was? Nix. Nix. Ich was? Nix. Ich höre mich die Aufnahme an. Mach halt. Ich habe nichts gesagt. Nein. Bei dem Beepton in der Aufnahme kann ich nichts. Ja. Äh, oh Gott. Rottes Zeug. Ja! Ich habe Schatz gefunden mal wieder. Und das Appetite. War das glaube ich Appetite? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gerade gar nicht richtig gesehen. Dann, dann, dann. Oh, ist schon wieder Eisen zerrückt. Eisen, Eisen, Eisen. A.K. Sag mal was du da machst. A.K. Ich bin fies. Ich denke du machst einfach ne Bad Box. Was? Ich mach? Ne Bad Box. Ne geht ja nicht. Wieso nicht? Ich hab ja kein Zeugs. Ach, stimmt ja. Hab ich Copper? Ja, ich hab wieder Copper gefunden. Sehr gut. Weißt du mittlerweile was das ist? Nein. Ich auch nicht. Perfekte Voraussetzung für ein Let's Play, wo man sowas nennt. Ich kann es ja mal hin. Ich kann es ja mal hin. Ich kann es ja mal hin. Wir sind immer so toll drauf. Genau. So. Bam 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 Bam. Hat man das gerade gehört? Was? Dass jemand angerufen hat bei mir. Das Vibrieren. Okay gut. Ah, dein Vibrieren spür ich immer. Oh Gott. Dann ich hab schon wieder schon... Niveau, Niveau, hallo. Bist du noch ein Wesen? Nein. Hat sich schon verabschiedet vor... Genau. Oder schon gestorben. Ich glaub er ist gestorben. Oh Gott, ich hab... Ich hab ne unterirdische Lagune gefunden. Wie geil ist denn das? Ah, Lagune. Da können wir nackt baden. Hahaha. Wir müssen jetzt hier nur noch Nachtskins suchen. Oh, ich bin Level 15. Yay. Yay. Die Welt tobt, Torben, ist Level 15. Oh yeah. Zack. Zack. Hey! Ich geh unter. Ne, glaub nicht. Was haben wir denn hier schönes... Was ist denn das so? Also du wirst es sehen, wenn du nach Hause kommst, was ich gemacht hab. Ich bin geheimnisvoll. Wahrscheinlich einfach so ne Falle, wo ich direkt drauf geh. Okay. Boom. TNT haben wir leider noch nicht. Sorry. Auf die Falle musst du noch zwei, drei Folgen warten. Okay. Ich hab Angst. Ich will nicht nach Hause. Da, 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 da. Aber Cellic und Musik wieder bei mir im Hintergrund. Oh nein, ich mag das jetzt nicht bauen. Sonst ist ja alles sinnlos. Was dann? Ähm. Nix. Haha. Nix gehört, nix gesehen, gar nix. Du hast nix. Okay, ja. Ich hab nix. Doch, ich hab fast ein volles Invental wieder. Und ich wollen mich jetzt mal da zum Lavasee, den man da vorne finden kann. Und was ist eigentlich dieses komische Dreieck? Und du wolltest mir, du wolltest mir gefälligst Obsidian besorgen. Stimmt. Dafür hab ich, dafür brauch ich aber n Eimer. Eimer, 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 Eimer. Als Geschenk für mich. Hm. Ah. Geschenk. Also soweit sind wir schon. Oh Gott. Vom Niveau her meinte ich natürlich. Hm. Oh Gott. Lava, lava, lava. Alter, leck ich jetzt. Jetzt leck ich, fang ich wieder an zu lenken. Okay. Obwohl, ne. Ich hab nur auf den Boden geschaut. Achso. Und dann... Nein! Oh doch, war richtig. Dias? Dias? Seid ihr da? Hallo Dias? Ah ne, ich bin viel zu hoch für Dias. Schade. Ah, ich hab hier noch keine... Ich hab noch keine richtig schöne Höhle gefunden. Und 15 Minuten sind schon wieder vergangen. Scheiße. Ich bin doch hier noch am arbeiten. Du, was kannst du mir doch nicht antun. Das hab ich dir nicht angetan. Doch. Das hat unsere Bestimmung dir angetan. Unsere Bestimmung. 15 Minuten folgen zu machen. Nein. Haben wir... Da haben wir nichts getroffen. Okay. Stimmt. Ich leugne alles! Alles Lüge! Zack, 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 zack. Ich hab hier Angst, dass ich den Lava ranfog. Und hab Kohle gefunden mal wieder. Ordentlich Kohle, oder? Ne, war nur ne kleine Ada. Vorsichtig sein. Da, 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 da. Ich hab ja geimos. Oh Gott, hab ich gesagt. Ich habe noch nie gehört. Ja, doch ist doch ne ne, bis gegen größere Ada gelangen. Was ist das, eine? Größere Kohle-Ada? Wohh. Wohh nein doch nicht die da. Alter was machst du für n Scheisse? Was, ich? Ah, die kann man aber abbauen! Hahaha! Wie nice, wie nice! Was kann man abbauen? Ich zeig's dir zuhause. Oh, spannend! Ja! Ich glaub ihr werdet euch den Arsch ablachen während ihr meinen Channel abschaut, dass Torben so gespannt ist und alles. Junge! Mann! Junge! Junge! Brauchst, brauchen wir rotes Xichorium? Ja, brauchen wir immer. Okay. Okay, äh, da wird das Xichorium. Zick! Okay, äh, mein Invental sagt, dass ich Tin habe und ein bisschen Copper. Aber ich habe genauso viel Copper wie Tin. Tin ist das Wichtigste. Äh, 13 Tin habe ich gerade mal. Das heißt, wir haben dann... 13 mal 2, das sind 26 Tin. Das ist schon mal was. Ja. Jo, aber unsere Folge ist wirklich schon vorbei. Wie, wie weit wirst du? Wann bist du fertig, Xichor? Ja, wir können auch jetzt kurz machen. Pausen, Stopp machen. Ich brauche nochmal 15 Minuten locker, um das fertig zu kriegen. Also dann. Okay. Dann seht ihr in der 3... Daumen hoch am liebsten und... Daumen hoch am liebsten und am besten noch, äh, abonnieren und alles und ja. Okay. Gut, dann hab ich auch... Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe mein Bestes gegeben. Und bis zur nächsten Folge. Tschau Leute. Bye.